... mit der Big Band von Dojiko Akiyoshi. Als sie damals, anfangs der 70er Jahre, anfing, wollte sie Musik verändern. Auch heute ist immer wieder das, was sie arrangiert und komponiert, der Versuch, etwas Neues zu finden. Sie wurde umjubelt, es gab unwahrscheinlich viel Beifall für dieses Orchester. Dojiko Akiyoshi und ihre Big Band. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020